Ja, dann nochmal ein herzliches Willkommen hier von meiner Seite. Mein Name ist David Pieper. Ich lade Sie in den nächsten 45 bis 60 Minuten ein hier über das Thema Fibonacci Trading. Ja, etwas natürlich zu lernen, uns viele Charts anzuschauen, ein bisschen was von meinem Handelsstil zu erzählen. Und wie gewohnt starten wir mit ein paar Makro Charts. Dann habe ich heute auch ein kleines Special dabei zum Thema Pullback Trading. Das heißt, wie gehe ich vor? Welche Instrumente nutze ich dafür? Und dann gehen wir natürlich in die aktuellen Charts und gucken uns an, was die letzten Tage passiert ist und was natürlich in den nächsten Tagen passieren könnte. Wenn Sie Fragen haben, natürlich sehr gerne jederzeit hier im Chat einstellen. Ich habe immer regelmäßigen Blick drauf, von daher kann ich die Fragen zeitnah beantworten. Ansonsten am Ende des Webinars. So, hier, bevor wir loslegen, natürlich noch der Risikohinweis. Bitte einmal in Ruhe durchlesen und dann auch noch der Hinweis, das Ganze wird natürlich aufgenommen. Von daher können Sie sich das Ganze auch in Ruhe nochmal auf YouTube anschauen. Okay. Ja, wie gesagt, hier die Agenda. Wir fangen an mit den Makro Charts. Dann gehen wir zum Thema Pullback Trading und dann geht es in den Metatrader und in die Charts. Ja, die FED hat, wie erwartet, ihren Leitzins erhöht um ein Viertelprozentpunkt, also 25 Basispunkte. Und wir sehen es hier im Chart abgetragen. Das ist die grüne Linie. Man sieht, wie schnell und extrem dieser Zinserhöhungszyklus ist. Und wir haben jetzt zum ersten Mal auch den Fall seit einigen Jahren, dass jetzt hier auch der Leitzins höher ist als Inflationsrate. Inflationsrate fällt ja schon seit vielen Monaten. Heute um 14.30 Uhr kamen nochmal Daten rein mit 4,9 Prozent. Das ist also alles ganz normal, weil wir natürlich diesen Basiseffekt haben. Man sieht aber auch, da komme ich auch gleich drauf, dass das Thema Inflation in den nächsten Wochen und Monaten auch abgelöst werden dürfte von anderen Themen. Da komme ich gleich drauf. Hier habe ich einen interessanten Chart in einer Studie gefunden. Da geht es darum, in der Mitte die gestrichelte Linie, das ist also das FED-Meeting. Wie verhält sich der Aktienmarkt vor und nach dem FED-Meeting? Das sind jeweils zehn Tage links und zehn Tage dann quasi rechts. Und wir sehen, dass zumindest in den letzten anderthalb Jahren es so war, dass es bis zum FED-Meeting quasi erstmal tendenziell runterging mit Aktien. Und nach dem FED-Meeting ging es dann in den meisten Fällen nach oben im Durchschnitt. Das liegt daran, dass die FED jetzt eigentlich auch keine negativen Überraschungen geliefert hat, sondern im Endeffekt sich bisher auf dem Pfad bewegt, den der Markt auch erwartet. Das könnte sich in Zukunft ändern, da komme ich gleich drauf. Das heißt, hier sehen wir einen kleinen Effekt, dass eben im Vorfeld das Ganze schon quasi so ein bisschen das Risiko rausgenommen wird. Und dann, wenn keine wirklich schlechten News kommen, wenn Paul nicht gerade sagt, wir werden die Zinsen auf sieben Prozent erhöhen oder sowas, dann ist der Aktienmarkt erstmal erleichtert. Und das vor allem natürlich auch die Indizes, die ein höheres Beta haben, also zum Beispiel Nasdaq, aber auch der Bitcoin, der ja relativ eng korreliert. Ja, das ist jetzt die große Frage. Wer hat Recht? Wer wird Recht bekommen? Ist es der Markt? Also es gibt ja Futures auf den US-Leitzins, die FED-Fund-Futures und daraus lassen sich eben diese Zahlen hier ableiten. Und was wir hier sehen ist, dass eben anhand dieser FED-Fund-Futures man ablesen kann, dass der Markt davon ausgeht, dass quasi im Juni, also nächsten Monat beim nächsten FED-Meeting nichts passiert und dann schon im Juli die erste Zinssenkung folgt. Und jeder, der jetzt das FED-Meeting letzte Woche genau angehört hat, weiß, dass Jerome Powell eigentlich klar gesagt hat, dass er das nicht so sieht. Also er hat jetzt nicht gesagt, dass sie jetzt irgendwie weiter erhöhen werden, aber er hält eben diese schnelle Zinssenkungsfantasie, die hier im Markt ist, definitiv als nicht korrekt an und als verfrüht an. Und er möchte auch die zukünftigen Entscheidungen dann auch abhängig machen von der Datenlage. Und dementsprechend ist das aus meiner Sicht, aus fundamentaler Sicht, ist das eigentlich ein großer Punkt für den Aktienmarkt, wo es eine negative Überraschung geben könnte. Der zweite Punkt ist natürlich der Liquiditätsentzug, der zu so einem sogenannten Credit Crunch führen kann und historisch auch wirklich geführt hat. Und man muss eins bedenken, es ist eben sehr häufig so, dass vor einer Rezession oder auch vor einem Top am Aktienmarkt oftmals die Lage gar nicht so schlecht aussieht. Also das ist in der Regel erst dann der Mehrheit der Marktteilnehmer klar, wenn dann wirklich der Markt reagiert. Also es ist nicht davon auszugehen, dass der Markt eben hier immer richtig liegt. Von daher, wenn ich mich positionieren müsste, wäre ich auch in dem Camp, das wird ein bisschen dauern, die Zinswende. Aber letztendlich entscheiden ja immer die Charts. Wir machen hier Chartanalyse und das ist jetzt im Endeffekt einfach nur Hintergrundwissen, das man auf jeden Fall haben sollte. Aber die Entscheidung selbst fällt dann natürlich durch die Price Action, also durch den Chart selbst. Okay, gehen wir weiter. Ich habe hier aus einem Research Report von Carson folgenden Chart mitgebracht. Finde ich ganz interessant, weil man immer wieder in der Presse auch lesen kann, dass viele Analysten oder Journalisten schreiben, naja, wenn die FED ihren Hochpunkt beim Zinszyklus erreicht hat, dann geht es mit den Aktien nur noch aufwärts. Wenn wir uns jetzt hier mal die grünen Punkte anschauen auf diesem Chart, auf dem blauen Linienchart, dann sehen wir seit den 70er Jahren bis sozusagen bis heute, dass das relativ gemischt war. Die Tabelle zeigt zwar, dass wir im Median auf Sicht von drei, sechs und zwölf Monaten positiv waren, aber ich habe auch hier nochmal bewusst diese beiden Hochpunkte hier markiert, also einmal 2000 und dann etwa ein Jahr vor dem Hochpunkt, das war glaube ich 2006, 2006, 2007, bevor es dann massiv runterging und die Finanzkrise anfing. Also immer dann, wenn die FED sehr schnell und sehr stark erhöht hat, gab es einfach gewisse Schäden und wir sehen das schon bei den Regionalbanken in den USA und wir sehen das auch an der schwachen Marktbreite. Nur lassen sich die Tops einfach oftmals länger Zeit. Was ich damit sagen will, ist ganz wichtig, alle Dinge, die man so liest oder Statistiken oder sonstiges, sind oftmals nicht ganz so klar, wie sie dann wirken. Oftmals werden einfach bestimmte Dinge herausgepickt und darum wird dann eine Story geschrieben. Fakt ist einfach, dass ein Zinserhöhungszyklus, also das Ende eines Zinserhöhungszyklus, noch lange nicht bedeutet, dass hier die Aktien steigen müssen. Es kann genauso auch ziemlich nah an einem Hochpunkt Aktienmarkt hoch passieren. Wenn sich jemand dafür interessiert, welche Aktiensektoren überhaupt dann profitieren, dann ist es so, dann sieht man eben, dass hier auf drei Monats Sicht, also hier auf der rechten Seite, das ist jetzt sozusagen nach der letzten Zinserhöhung, dort wo wir jetzt quasi stehen, sehen wir historisch, waren dann Healthcare und IT-Werte gefragt und Consumer Staples, also der unzyklische Konsum und was gar nicht gut gelaufen ist, war dann Energy Materials, also Grundstoffe und der zyklische Konsum. Da hat man dann Schwäche gesehen. Wenn wir uns jetzt anschauen, die wichtigste Frage, die sich ja alle stellen, kommt jetzt die Rezession, kommt sie nicht? Ich hatte letzte Woche auch schon gesagt, ich bin, was die Datenlage angeht, eher im Rezessionscamp. Hier gibt es verschiedene Modelle, wie man das auch messen kann. Ich habe mal hier ein Chart mitgebracht von JP Morgan aus dem Research und da sieht man eben, je nach Modell gibt es gewisse Wahrscheinlichkeiten. Am stärksten ist die Wahrscheinlichkeit, die man aus der Zinskurve ablesen kann, der orange Chart. Und ich möchte das nochmal ein bisschen genauer hier aufzeigen. Was man hier sehen kann, ist oben der Spread, also die Differenz aus den 10-jährigen US-Zinsen und den 3-monatigen Zinsen. Und wir sind hier mit minus 1,88 Prozent wirklich so tief wie, glaube ich, historisch noch nie. Also der Markt zeigt quasi hiermit an, dass, also mit dieser inversen Zinsstruktur, dass wir in den nächsten Monaten definitiv mit einer Rezession rechnen können. Man sieht das hier in Grau unterlegt, als es das letzte Mal der Fall war, die letzten zwei, drei Rezessionen. Aber es gibt ja auch Research bis in die 70er Jahre zurück, als dieser Indikator quasi eingeführt wurde. Funktioniert das sehr, sehr gut, also es ist sehr zuverlässig, macht ja auch Sinn, wenn der kurzfristige Zins deutlich höher ist als der langfristige Zins. Dann weiß man, dass hier etwas nicht stimmt. Dann kann die Fristentransformation bei den Banken nicht funktionieren und dann ist die Kreditvergabe auch ziemlich schwierig. Und der 10-jährige Zins preist ja im Endeffekt eine wirtschaftliche Schwäche ein. Also der Indikator sagt ganz klar, wir bekommen eine Rezession in den USA und wenn die dann natürlich kommt, dann dürfte auch der Aktienmarkt noch ein bisschen mehr nachgeben. Was interessant ist, wir haben ja jetzt die Berichtssaison mehr oder weniger abgeschlossen mit einem leichten Gewinnrückgang. Nichtsdestotrotz haben die meisten Unternehmen, wie fast immer, also über 80 Prozent haben positiv berichtet. Jetzt hier zuletzt zum Beispiel Apple. Man sieht hier, und das ist interessant, in Dunkelgrün, das sind die Erwartungen für das BIP-Wachstum und in Hellgrün, das sind die Erwartungen für das Gewinnwachstum. Man sieht, dass hier diese beiden Welten quasi komplett auseinanderlaufen. Also die Analysten für den Aktienmarkt, für die Unternehmen sind Bullish, die erwarten schnellen Gewinnanstieg und die Ökonomen rechnen mit einem schwachen BIP-Verlauf. Das ist natürlich auch nicht eins zu eins immer so zu sehen, weil viele S&P-Unternehmen sehr viel eben eine sehr hohe Exportquote haben. Aber nichtsdestotrotz sieht man auch hier in den verschiedenen Lagern ganz große Diskrepanzen. Und es ist wirklich eine relativ schwierige Situation momentan, viele widersprüchliche Daten hier die Makrolage einzuschätzen. Ich glaube, da tun sich auch die ganz Großen schwer. Und wenn wir hier von Großen sprechen, ich habe mir heute oder gestern, habe ich mir folgendes YouTube-Video angeschaut, kann ich wirklich empfehlen. Das ist ein Mitschnitt von einer Investmentkonferenz vom norwegischen Staatsfonds. Hier links der CEO vom sogenannten Norgis-Fonds und rechts die Legende Stan Druckenmüller. Das ist ein Hedgefondsmanager, der seit, glaube ich, über 40 Jahren schon im Geschäft ist. Und ich kann nur empfehlen, das Video mal anzuschauen, was er dort sagt. Und einer der wichtigsten Punkte, die er hier nennt, ist einfach, dass er sagt, es gab historisch noch nie einen Übergang von 10, 11 Jahren extrem niedriger Zinsen oder Minuszinsen zu einem Zinsanstieg, wie wir ihn jetzt sehen und einem Leitzinsanstieg, wie wir ihn jetzt ansehen. Ja, also das heißt, dieser Regime-Change, wie die Amerikaner immer sagen, ist so extrem, dafür haben wir eigentlich keine historische Blaupause. Und das macht es eben so schwierig, auch hier das einzuschätzen. Und man sollte da immer ein bisschen Demut rangehen. Ich versuche ja auch immer bei meiner eigenen Analyse mir immer wieder zu sagen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich kann mir zwar Gedanken machen, ich kann Szenarien entwerfen. Letztendlich wird der Markt das tun, was er tun will. Und das Risikomanagement wird entscheiden, wenn man falsch liegt. Und deswegen bin ich immer im Lager der technischen Analysten oder der Chart-Analyse, auch wenn ich die Fundamental-Analyse im Hinterkopf habe. Aber im Endeffekt entscheidet nachher der Chart, wenn der Aktienmarkt sich dafür entscheidet, nach oben auszubrechen, dann muss ich mitgehen. Und wenn er sich entscheidet, eben für einen Crash nach unten, dann muss ich das eben auch mitnehmen. Aber das kann ich hier wirklich empfehlen. Sehr, sehr interessant, dieser Mitschnitt hier. Jetzt gucke ich mal, ob es hier Fragen gibt oder Anmerkungen. Nein. Okay, dann würde ich hier weitergehen zum Thema Pullback-Trading. Und bevor wir hier die Folien anschauen, würde ich gerne mal in die Runde fragen, wer von Ihnen denn auch so handelt oder generell mit Pullback-Trading schon Erfahrung hat. oder, falls nicht, welche Ansätze Sie eben verfolgen. Also sind das Breakouts? Sind das andere Strategien? Das würde mich mal kurz interessieren. Okay. Schau mal, eine Rückmeldung hier. Pullback-Trading, Feebo-Retracement. Okay. Sehr gut. Dann sind wir ja genau richtig hier. Sonst noch jemand? Keiner traut sich. Würde mich wirklich interessieren, wie Sie einen Trade planen oder nach welchen Mustern oder nach welchen Signalen Sie hier in den Markt gehen. Kann ich später nochmal reinschauen. Okay. Also ich habe auf den nächsten Folien versucht, das Ganze mal schematisch darzustellen. Oft ist es ja so, dass man im Chart selbst dann zu viele Informationen hat und dann ist es nicht ganz so klar, was gemeint ist. Deswegen habe ich versucht, das hier mal auf wenige Folien zusammen zu stampfen, sozusagen. Und einer der wichtigsten Punkte, oder wenn ich sagen würde, ich hätte jetzt überhaupt keinen Indikator, ich hätte kein Lineal auf der einsamen Insel, kein Fibonacci, gar nichts. Was würde ich dann tun? Ja, ich würde mir definitiv den Chart anschauen und nach Impulsen und Korrekturen schauen. Was meine ich damit? Jeder Chart hat Bewegungen oder Swings, die ziemlich dynamisch sind und die relativ groß sind. Das sind dann eben die Impulsbewegungen, das sind die sozusagen die Wellen, die die starken Marktheitnehmer repräsentieren. Und dann gibt es eine Gegenbewegung, das ist immer wie einatmen und ausatmen, sage ich mir immer. Das sind die Korrekturen oder Pullbacks oder Dips, egal wie man es nennt. Die Amis sagen ja immer beide Dip. Also man sollte zum Beispiel einen Rückschlag kaufen, eine Korrektur kaufen im Aufwärtstrend. Und das setzt sich eben fort und zwar auf allen Zeitebenen. Die Charts, die wir ja betrachten oder die Marktentwicklung, die Charts sind ja nichts anderes als eine visuelle Darstellung der Kursentwicklung. Und egal auf welcher Timeframe, auf welcher Zeitebene wir sind, sehen wir die gleichen Muster. Das heißt, das ist wirklich eine fraktale Natur der Charts. Und dementsprechend kann man das auch wirklich auf allen Timeframes anwenden. Und für mich ist eben wichtig zu erkennen, wo bin ich gerade? Sind wir in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend? Haben wir gerade einen Swing? Und dann eben die Frage, ist das ein Impuls oder ist das eine Korrektur? Und wie weit ist die schon vorangeschritten? Oder dieser Impuls? Also ist es ein relativ junger Impuls? Ist er schon mehrfach nach oben gelaufen? Ist er schon relativ reif? Ist er überkauft? Ist er überverkauft? Das ist für mich die allerwichtigste Frage, weil die nachher auch definiert, wo ich einsteige? Und ich möchte natürlich nicht am Ende eine Aufwärtsbewegung long gehen oder wenn der Markt ganz unten ist, dann noch short gehen. Das macht natürlich keinen Sinn. Also das ist wichtig zu verstehen. Und dementsprechend geht es beim Pullback-Trading natürlich um die Frage, wo endet denn der Pullback? Also wo ist eine Wendezone? Und ich unterstreiche das hier mal, eine potenzielle Wendezone. Also oftmals sieht das ja so aus oder auch in Büchern oder in Webinaren, bitte nicht falsch verstehen, dass der Markt hier und da drehen muss. Nein, er muss gar nichts. Er kann machen, was er will. Und wichtig ist einfach nur zu wissen, dass alles, was wir hier tun mit der technischen Analyse immer nur Wahrscheinlichkeiten sind. Das heißt, deswegen die Betonung auf potenziell. Es gibt natürlich eine gewisse Tendenz, das auf jeden Fall. Aber man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der Markt immer genau an der und der Stelle das tut, was man selber quasi bevorzugt. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach. Ist auch gar nicht notwendig, wenn wir uns an die Regeln halten. Dann gibt es genug Spielraum beim Trading, dass wir eben auch Fehltrades aushalten können, dass wir per Saldo dann eben auch trotzdem ins Plus laufen. Also, was sehen wir hier? Das ist jetzt hier ein schematisch dargestellter Aufwärtstrend. Stellen Sie sich vor, der Markt läuft hier in mehreren Swings nach oben und beginnt jetzt mit einer Gegenbewegung. Das Einzige, was wir jetzt hier sagen können, ist erstmal, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine größere Verschnaufpause kommt, ist groß. Aber natürlich könnte der Markt auch direkt weiter nach oben rennen. Das kann natürlich sein. Also, was ich hier natürlich mache, ist einfach die vorangegangenen Swings einordnen und zu gucken. Hier in dem Fall wäre das jetzt ein relativ reifer Swing nach oben gewesen und jetzt gibt es eine Korrektur. Sehr häufig auf das letzte alte Hoch oder eben dann auch in Richtung der Fibonacci Retracements, die sich oftmals auch überlagern mit alten Hochs zum Beispiel oder mit anderen Supports. Also, das ist jetzt ein Beispiel auf der Long-Seite. Alle Beispiele, die ich heute dabei habe, sind natürlich auf der Long-Seite als Beispiel dargestellt. Short, dann einfach analog umdrehen. Aber wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf die Long-Beispiele. So, das heißt, wir müssen diesen Swing, weil die Frage kommt auch oft, ja, wo lege ich denn jetzt die Fibos genau an? Wir gehen ja davon aus, dass dieser Swing korrigiert wird. Also, das ist quasi das Einatmen und jetzt kommt das Ausatmen. So, und diese beiden Prozesse stehen in Verbindung miteinander und dementsprechend legen wir jetzt hier unseren Fibonacci Indikator an oder die Fibonacci Retracement Linien und die klassischen Rücksetzerzonen sind eben die 38,2% des 50er und das 61,8er. Es gibt auch noch das 78,6er. Das habe ich zwar im Chart drin, wird auch hier und da mal angelaufen, aber in der Regel versuche ich, irgendwo zwischen dem 50er und dem 62er nach Umkehrsignalen Ausschau zu halten. Warum? Weil ich dann zumindest schon mal die Hälfte der Korrektur sozusagen hinter mir habe oder fast schon zwei Drittel und dementsprechend ist nachher das Chance-Risiko-Verhältnis, wenn der Markt nach oben drehen sollte, was er natürlich nicht immer macht, umso attraktiver. Also, da kommen wir auch gleich bei der nächsten Folie drauf. Also, das ist die Grundidee. Wir wollen in Richtung des Marktes eben in eine kleine Gegenbewegung in den Pullback reinkommen und setzen uns dafür eben diese Retracement Levels ein. So, jetzt stellen wir uns vor, der Markt tut uns den Gefallen und korrigiert und korrigiert. Jetzt ist die Korrektur schon relativ reif, weil auch das kann man sehen, anhand von den vorangegangenen Korrekturen in einem gesunden Marktumfeld sollten sich hier jetzt langsam gegen Signale sichtbar machen. Also, oftmal sieht man das anhand von den Kerzen, dass es zum Beispiel eine Hammerkerze gibt und ein sogenanntes Engulfing oder dass es eben beim RSI, da komme ich auch gleich drauf, ein Zeichen gibt, dass der Markt schon sehr überverkauft ist. Das sind auf jeden Fall die Zonen, in denen ich Interesse habe und dann eben diesen Markt auch gerne auf der Long-Seite spielen würde. Wie machen wir das genau? Da gibt es verschiedene Ansätze. Man kann natürlich, ich gehe mal zurück, hier auf der zum Beispiel 50% oder 61,8% Linie ein Limit reinlegen. Dann weiß man, man kommt definitiv rein in den Markt, wenn er in den Bereich reinläuft. Es kann aber auch sein, dass er dann einfach direkt weiter nach unten abdreht. Dann ist man direkt im Verlust drin. Die andere Möglichkeit ist, das eben so zu machen, dass man eine Bestätigung abwartet und sagt, okay, der Markt nimmt dieses Level an, macht sich jetzt hier auf dem Weg nach oben und hier steigt man jetzt ein und nimmt seinen Stopp. Wenn man jetzt hier als Trendfolger agiert, müsste man den Stopp unterhalb des Tiefs, des vorangegangenen Aufwärtsmoves legen. Das wird häufig auch falsch gemacht, weil man den Stopp dann hier zu eng legt. Das verleitet natürlich klar immer, dass man sagt, okay, ich nehme hier wirklich einen ganz engen Stopp und dann kann ich eine riesen Position fahren. Aber so sauber funktioniert der Markt oft nicht. Das heißt, auch hier muss man einplanen, dass er kurz doch nochmal nach unten dippt und hier leicht runter geht und dann erst die Trendwende nach oben macht. Also es funktioniert nicht immer so sauber, wie man das in Büchern sieht. Deswegen als Trendfolger, wenn man sagt, ich möchte jetzt den nächsten Aufwärts-Swing reiten, müsste man den Stopp hier an der roten Linie positionieren und hätte dann eben dieses Risiko hier. Also sagen wir mal, das wären jetzt zum Beispiel im DAX beispielsweise 100 Punkte Risiko. Dann weiß ich eben als Trader, okay, wenn ich pro Trade nicht mehr als 200 Euro riskieren will, kann ich hier eben zwei DAX CFDs zum Beispiel long gehen. Der Vorteil ist, wenn der Markt, und deswegen hier nur gestrichelt, wenn er die Idee annimmt und wenn er sozusagen unserer Analyse folgt und in die Richtung läuft, dann haben wir natürlich hier eine deutlich überproportional große Chance. Selbst wenn er nur bis zum Alten hochläuft, haben wir aufgrund des tiefen Einstiegs ja schon mal ein positives CRV, größer 1. Das bedeutet, auch dann haben wir ein positives Verhältnis von Chance zu Risiko und dementsprechend brauchen wir auch gar nicht so extrem hohe Trefferquoten. Das heißt, wenn ich im Durchschnitt immer mehr als das Doppelte gewinne bei meinen Trades als das, was ich verliere, dann reicht mir auch eine Trefferquote von über 34 Prozent und schon bin ich profitabel. Das kann ich gerne mal im nächsten Webinar nochmal anhand von Zahlen erläutern. Das ist langfristig also ganz wichtig. Es geht nicht darum, immer richtig zu liegen, sondern genau zu verstehen, was man handelt. Ist man Trendfolger oder ist man tatsächlich Swing Trader und Mean Reversion Trader, der auch nur kleine Stücke mitnimmt, dann ist die Trefferquote viel wichtiger. Hier als Trendfolger, wie gesagt, braucht man gar nicht so hohe Trefferquoten. Hier geht es tatsächlich darum, einen risikoarmen Einstieg zu finden und dann von der potenziellen Aufwärtsbewegung zu profitieren. Und die kann natürlich auch deutlich, deutlich größer ausfallen. Und das sind dann die Trades, die am Jahresende, ich sehe das häufig so, dass oftmals wenige Trades, also klassisches Pareto-Prinzip, 10 bis 20 Prozent der Trades machen nachher mein Jahresergebnis aus und oftmals sind das Trades, bei denen ich am Anfang gar nicht gedacht hätte, dass sie so erfolgreich werden. Bei anderen Trades ist es genau umgekehrt. Jetzt gucke ich mal, ob es hier dazu eine Frage gibt. So, hier schreibt jemand, ich suche immer noch nach einem Setup, da echt zu Schnellschüssen nahe geendet, aber meistens schlecht, daher auch nur kleines Volumen, über mit FIBO, aber wann es schlussendlich dreht, weiß man ja nicht. Genau, also keiner kann und das ist wirklich wichtig an der Stelle, keiner kann und muss auch genau wissen, was der Markt macht, sonst würde der Markt ja nicht funktionieren. Wichtig ist, dass man Thema Schnellschuss oder dass man, wie haben Sie es beschrieben, ich neige zu Schnellschüssen. Genau, dass man vermeidet, Dinge zu handeln, einfach aus dem Bauch heraus, ohne eine Strategie, weil das natürlich dazu führt, dass man auch letztendlich, selbst wenn es erfolgreich wäre, auch gar nicht sagen kann, okay, woran liegt das eigentlich? Wo ist hier mein Vorteil im Markt? Das heißt, ich würde mir als erstes immer Gedanken machen, okay, zuallererst, in welcher Zeiteinheit möchte ich handeln und wo sehe ich eher meine Stärken? Bin ich jemand, der geduldig auch einen längeren Trend folgen kann oder bin ich eher jemand, der kurz einen gewissen Swing mitnimmt und dann wieder rausgeht, dann aber nicht bedauert, dass er nicht an einem großen Trend dabei ist? Also ich zähle mich zum Beispiel zum zweiten Lager. Wichtig ist der Punkt, wenn ich zum Beispiel mir sage, ich suche nur Einstiege in einem gesunden Aufwärtstrend unterhalb oder im Bereich des 61-Achter-Retracements, dann geht es auch gar nicht um die magische Zahl 61,8, die ja oft getroffen wird, manchmal aber auch nicht, sondern darum, dass man eine gewisse Regel hat. Das heißt, alle Pullbacks, die vorher stattfinden, da bin ich nicht dabei, oftmals auch natürlich schade, weil der Markt nur vielleicht 30% korrigiert vom vorangegangenen Move und dann steigt er wieder. Dann habe ich eben Pech, aber wichtig ist, okay, ich gehe nur in Pullbacks rein, zum Beispiel könnte die Regel lauten zwischen 50 und 65% oder 62%. Dort suche ich nach Umkehrsignalen und die zeige ich gleich und ich platziere meinen Stop am Tief des vorangegangenen Swings. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Ausstieg, die meisten sprechen ja auch immer nur von Einstiegen, dann könnte die Regel heißen, okay, sobald wir das alte hoch erreichen, dort nehme ich zum Beispiel den Stop auf Einstand oder nehme auch einen Teil der Position raus und führe den Stop eben nach Markttechnik, also immer auf das neue Tief, dann immer nach, bis der Trend eben bricht. Also das ist ganz wichtig, also ich würde wirklich empfehlen, deswegen finde ich es gut, wenn Sie sagen, okay, ich mache das erstmal mit kleinem Volumen. Ich finde es besser als ein reines Demo-Trading, weil dort gar keine Emotionen mit drin sind, aber nichtsdestotrotz braucht man natürlich eine Strategie, eine gewisse Vorgehensweise, die man immer wieder einsetzt. ansonsten ist das halt einfach ein Zufallsspiel. Genau, so, also das war jetzt hier die Grundlage, wo steigen wir ein oder das ist so die Grundphilosophie und wie Sie ja gemerkt haben in den letzten Webinaren, ich weiß nicht, wer in den letzten Webinaren auch schon dabei war, ich nutze auch gerne nochmal den RSI. Das sind im Endeffekt die zwei Tools, die ich verwende, für alle diejenigen, die den RSI noch nicht kennen. Das ist ein Oszillator, ich glaube 1978 von Wells Wilder, entwickelt und er zeigt im Endeffekt die Stärke einer Kursbewegung an. Ich sage immer, das ist wie beim Auto, gibt es die Geschwindigkeit und dann eben den Drehzahlmesser und der RSI ist für mich der Drehzahlmesser. Das heißt, er misst anhand einer bestimmten Formel einfach das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsschlusskursen, also an den Tagen oder in den Kerzen, wo der Markt eben positiv geschlossen hat, wird dieser Schlusskurs ins Verhältnis gesetzt zu den negativen Schlusskursen. In der Regel der letzten 14 Kerzen, also im Tageschart zum Beispiel letzten 14 Tage, ich nutze hier gerne die 8, Periode 8, aber letztendlich spielt es keine Rolle. Wichtig ist, dass man immer dieselbe verwendet und ein Gefühl dafür bekommt. Was ist der Vorteil vom RSI? Er normalisiert, also er schränkt sozusagen die Ergebnisse ein in einem Bereich von 0 bis 100. Also ähnlich wie beim Drehzahlmesser ja auch im Auto. 0 bedeutet, ich stehe still mit meinem Auto. 100 ist, wenn ich mit 6000 Umdrehungen fahre, da bin ich schon ziemlich auf Anschlag. So kann ich einfach eine gewisse Weile fahren, aber nicht zu lang, sonst überhitzt mein Motor und so ist es auch beim Chart. Und die klassischen Regeln, die da sagen, 70 bis 80 beim RSI, das ist schon eher überkauft oder unter 30, unter 20, das ist überverkauft. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Das heißt nicht, dass man automatisch in die Gegenrichtung setzen sollte, sondern für mich ist es immer so, dass ich beide Dinge kombiniere. Das heißt, ich muss wissen, bin ich in der richtigen Zone? Was sagt mir der RSI? Und was ich gerne verwende, sind sogenannte Divergenzen. Das können wir uns auch gleich nochmal anschauen im Metatrader. Das heißt, diese beiden Tools sind eigentlich so meine Lieblingstools beim diskretionären Handel und das würde ich hier gerne mal aufzeigen. Also wir stellen uns hier wieder schematisch diese Aufwärtsbewegung hier vor. Jetzt kommt die Korrektur, die auch schon ziemlich weit fortgeschritten ist und so würde in etwa der RSI aussehen. Das heißt, der RSI wäre jetzt irgendwo zwischen 20 und 30. Je nach Periodeneinstellung natürlich bewegt er sich mehr oder weniger. Ich nutze den 8er RSI, damit ich mehr Signale bekomme und auch die Divergenzen schneller sehe. Und das heißt, für mich ist es einfach, wenn ich jeden Tag, ich gehe hunderte Charts durch bei Einzelaktien oder auch bei Indizes, das ist eben etwas, wonach ich suche. Wir haben Aufwärtstrend, wir haben jetzt eine kräftige Korrektur. Beide Tools sagen mir, es ist Zeit für einen Rebound und dementsprechend gehe ich dann eben rein und in diese hier rot markierte Korrektur zoomen wir jetzt mal rein. Da sind unsere FIBO Retracements zum Beispiel und in diese rote Bewegung, da wollen wir jetzt mal reinzoomen und das Feintuning machen. Das heißt, stellen Sie sich vor, die rote Bewegung im großen Chart sieht dann auf der rechten Seite so aus in der kleinen Timeframe. Das heißt, es ist natürlich ein Abwärtstrend in der kleineren, in der tieferen Zeiteinheit. Und wenn ich jetzt weiß, welche Zone für mich relevant ist, zum Beispiel 50er bis 61,8er Retracement, dann suche ich und zwar nur dort nach Umkehrsignalen in der kleineren Timeframe. Das ist also im Endeffekt mein Filterkriterium. Ich gehe erst mal von oben, stellen Sie sich vor, so wie bei Google Earth, Sie gehen von ganz oben, gucken sich jetzt hier erst mal die Länder an, dann die Autobahnen, dann die Landstraßen und dann kommen Sie irgendwann mal in einer kleinen Feld, auf einem kleinen Feldweg raus. So, also so zoomen wir uns quasi rein. Und wenn ich dann eben sehe, dass in der kleinen Timeframe tatsächlich eine Umkehr stattfindet, dann kann ich dort eben reingehen, kann das relativ gut auch mit Stops hier absichern. Und selbst wenn ich ein, zwei, drei Mal sogar hier in den Pullback reingehe, habe ich relativ kleine Stops. Das ist jetzt schon so eine etwas ja, fortschrittlichere Technik. Aber wenn Sie sich das mal angewöhnen und mal anschauen, dann werden Sie die Logik relativ schnell erkennen und auch die Vorteile sehr schnell wahrnehmen, weil wir im Endeffekt auf der linken Seite, wie gesagt, die Vogelperspektive haben. Wir warten auf die Bestätigung. Wenn der Kurs einfach weiter nach unten rauscht, dann greife ich da auch nicht rein ins fallende Messer. Aber wenn ich sehe, dass zum Beispiel hier auf der rechten Seite sich in der kleinen Timeframe auf einmal der Verkaufsdruck hier einfach abebbt, dass eine Seitwärtszone kommt oder ein Trendbruch nach oben, dass wir das zum Beispiel auch im Tagesschart mit einer bullischen Kerze sehen, dass wir im RSI zum Beispiel auch eine Divergenz sehen, dann sind das alles Dinge, die mir sagen, hier muss ich mein Glück sozusagen probieren. Wenn ich das oft genug mache und mich wirklich nur auf diese qualitativ hochwertigen Einstiege fokussiere, dann werde ich langfristig eben den Vorteil sehen und werde das auch an positiven Trading-Ergebnissen dann auch sehen. Jetzt kommt hier noch eine Frage. Achten Sie auf Candlestick-Muster? Ja, also was natürlich auffällt ist, oder ich schaue mir gerade bei Aktien am Tagesende oder am nächsten Tag, ich handele ja nur US-Aktien, da habe ich den Vorteil, dass ich vormittags und mittags das Ganze in Ruhe machen kann, ohne dass der Markt da rumzappelt. Da schaue ich mir hunderte von Aktien an und wenn ich dann natürlich sehe, okay, wir sind jetzt in einem Bereich, wo die Aktie überverkauft ist, wir sind in einem Korrekturbereich zwischen 50 und 61, 8% und wir sehen auf einmal ein Candlestick-Hammer oder ein Bullish-Engulfing, dann ist es natürlich quasi, ja, ein Muss für mich, den Chart direkt anzuschauen und da auch ein Trade aufzusetzen. Sorry. Genau. Von daher nehme ich das hier auch mit rein. Im Grunde genommen sind das ja alles Bestätigungen. Also mein Tipp einfach, suchen Sie sich die Dinge, mit denen Sie gut arbeiten können, kombinieren Sie die. Auch nicht zu viel, aber natürlich auch nicht zu wenig. Also es muss die goldene Mitte sein. Es bringt nichts, hier irgendwie 20 Indikatoren anzuschauen. Ich habe schon oft Charts gesehen in Coachings oder auch generell bei Kunden, wo irgendwie 20 Indikatoren drin waren und Sonstiges. Das ist dann eher Paralyse und nicht Analyse. Von daher keep it simple. Man muss klar definieren können, was will ich tun am Markt. Also wie gesagt, hier in dem Fall, ich will Pullbacks handeln in einem klaren Trend. Wo platziere ich meinen Stop? Und später dann natürlich auch, wie ziehe ich meinen Stop nach, wenn der Trade in meine Richtung geht. Da können wir aber nochmal eine gesonderte Session machen, weil Stopsetzung natürlich mit das Komplexeste ist, was das Trading eigentlich zu bieten hat. Genau. Also ich hoffe, dass das verständlich ist. Links, wie gesagt, das große Bild rechts mit dem Mikroskop ein bisschen tiefer rein. Also links könnte zum Beispiel der Vier-Stunden-Chart sein oder Tageschart und rechts der Stundenchart oder eben, wenn jemand ganz kurzfristig handelt, links der Stundenchart und rechts zum Beispiel der Fünf- oder Zehn-Minuten-Chart. So kann man sich das vorstellen. So, und jetzt gehen wir zu den aktuellen Charts. Ich gucke jetzt mal, ob hier noch Fragen sind. Genau, hier kommt noch eine Frage, ob ich die FIBUS in der großen Zeiteinheit anlege. Ja, genau. Also wichtig ist ja zu wissen, was ist mein quasi mein Handelschart, also welche Bewegung will ich im Grunde genommen handeln oder mitnehmen und die kleinere Timeframe ist ja nur dazu das, das Feintuning zu machen. Also ich gucke mir schon auch wirklich an, also das große Bild definiert meine Zone und auch die Richtung und auch das Potenzial und der Feintuning-Chart auf der rechten Seite, den wir gesehen haben, der definiert einfach sozusagen die feine Einstellung. So, jetzt würde ich gerne in die Charts reingehen. Anfangen würde ich gerne mit dem DAX und hier sehen wir im Grunde genommen im Vergleich zur Vorwoche eine unveränderte Situation. Wir hatten damals hier gesehen, dass der Markt hier am 127er Fibonacci gescheitert ist, also von diesem Downswing nach oben 1,272. Das heißt, bei 16.050 in etwa oder 16.045, da liegt erstmal der Deckel drauf beim DAX. Solange wir diese Zone nicht brechen, bewegen wir uns in einer Seitwärtszone, die unten bei etwa 15.680 definiert ist. Das heißt, alles, was wir hier drin sehen, ist natürlich für sehr kurzfristige Trader natürlich von Belangen. Aber man muss sagen, hier aktuell ist das einfach nur eine Komprimierung. Wir laufen jetzt seit Mitte April hier seitwärts in einer sehr kleinen Range und das wird sich früher oder später entladen, aber jetzt hier gibt es aktuell meiner Meinung nach keine große Trading-Idee. Wie gesagt, wenn hier der Ausbruch kommt, dann würde ich damit rechnen, dass wir nochmal hier auf die 16.150 gehen und dann irgendwo in den Bereich 16.2.17.70.16.3. Warum 16.3? Das ist die gestrichelte Linie. Das ist hier, Moment, ich zeige das hier mal, ich gehe mal hier in den Tagesschart. Das ist also hier das letzte Hoch, das Doppelhoch. Das wäre natürlich dann das Ziel. Über die langfristigen Kursziele hier Richtung 17.7 reden wir erstmal nicht, weil es ja, erstmal noch nicht so weit ist und der Markt erstmal das andere, die erste Zone hier brechen muss. Was passiert, wenn wir hier drunter gehen, also etwa unter die 15.680? Dann, und das haben wir ja hier schon eingezeichnet, sehen wir die schwarzen Retracements, also einmal hier das 38er bei 15.440, das wäre für mich ein Mindestziel, bis etwa 15.070, das wären geeignete Korrekturlevels, wie gesagt, aktuell Seitwärtsspanne, von daher für mich jetzt nicht unbedingt interessant. Kommen wir zum S&P 500. So, ich mache mal hier den 4-Stunden-Chart, auch hier sehen wir nicht wirklich etwas geändert, wir bewegen uns nach wie vor hier auch in der Seitwärtsspanne zwischen etwa 4,190 und 4,040, also 150 Punkte, wir sehen, dass der Markt hier weiterhin kämpft mit dem Hoch hier, Moment, ich schiebe das hier mal weg, aus dem Februar, das heißt, erst wenn es gelingt, dieses Hoch hier rauszunehmen, können wir davon ausgehen, dass wir Richtung 4,250 Richtung 4,3 gehen und dann wahrscheinlich auch Richtung 4,380, das wären jetzt hier die Fibo-Levels, die ich hier sehen kann, bald und das ist jetzt auch ganz klare Regel, wenn der Markt hier eben dieses kleine Doppeltief rausnimmt, also unter die 4,040 geht, rechne ich damit, dass wir zumindest, also das ist hier das 38er Retracement, hier haben wir das 50er, hier haben wir das 61,8 dann dürfte der Markt auch wieder unter die 4000er Marke gehen und dann könnte sich daraus auch wirklich deutlich mehr entwickeln und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir relativ schnell auch wieder Richtung 3,8 laufen. Noch ist es nicht so weit und das Schöne ist an der technischen Analyse, wir haben ganz klare Levels, wo wir wissen, was zu tun ist. Dazwischen kann man natürlich, wenn man jetzt hier ganz kurzfristig reingeht, sieht man, es gibt Bewegung genug, heute allein nur die Bewegung beim CPI, bei der Veröffentlichung, das ist übrigens ein Muster, was man sehr häufig sieht, nach der Veröffentlichung in eine Richtung, dann klappt das Ganze zusammen. Das heißt, hier gibt es viele Chancen, aber wir können natürlich hier im Wochenrhythmus nicht über 5-Minuten-Chart sprechen, das würde gar keinen Sinn machen, weil der Trade in einer Stunde schon wieder komplett anders aussehen kann. Also auch hier Fazit, wir sind hier noch in einer Seitwärtszone, Levels haben wir klar definiert und ich würde heute gerne auch mal den Nasdaq vorstellen, ist ja auch kein unwichtiger Index, enthält die größten US-Technologiewerte und was ich hier mitgebracht habe, ist, ich glaube, den habe ich auch bisher noch gar nicht besprochen, das war hier also der Corona-Crash, dann kam es hier zu diesem massiven Anstieg und siehe da, von dieser ganzen Aufwärtsbewegung seit dem Corona-Tief haben wir hier das 61-8er getroffen, also das Tief vom Oktober letzten Jahres lag ziemlich genau bis auf wenige Punkte auf dem 61-8er-Level, das heißt, das ist hier ganz klar unsere Supportzone, seitdem läuft ein Anstieg, aber was wir hier natürlich sagen müssen ist, dieser Anstieg läuft höchst wahrscheinlich noch hier bis zum Hoch vom letzten Sommer, dann wird das sehr schwierig. Ich habe hier auch mal die Fibonacci Extensions eingezeichnet als Kursziele, also diesen Swing und diesen Swing nach oben abgetragen, da sehen wir hier die erste Zielzone, hier die zweite, deckt sich übrigens mit diesem Bereich hier und wenn wir hier von diesem großen Swing ausgehen, dann hätten wir hier noch mal deutlich größere Ziele bei 14,6 14,7 dafür müsste aber das hoch vom letzten Sommer geknackt werden und davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus, zumindest nicht kurzfristig und wir sehen auch hier und dafür auch hier nochmal den RSI eine negative Divergenz und ich würde gerne auch zeigen auch hier war das der Fall also kurz vor dem hoch ich zeichne das hier mal ein also man sieht das hier das ist etwas worauf ich sehr stark achte also man sieht hier der Markt hat damals noch viele reingezogen hat hier noch mal hoch gemacht hier sogar auch noch aber der RSI war hier schon deutlich am fallen das heißt hier war eigentlich die jetzt aktuell sehen wir auch sowas ähnliches von daher könnte ich mir vorstellen dass der Markt hier auch wie gesagt noch ein bisschen hoch kommt und dann aber tatsächlich größere Schwierigkeiten bekommt deswegen ist es sinnvoll auch die großen Werte sich anzuschauen also gerade eine Apple die ein hohes Gewicht hat und die anderen Groß Gewichte wie Microsoft wenn die einmal nach unten kippen dann wird auch der Nasdaq Schwierigkeiten haben es hier weiter hoch zu laufen das heißt obwohl wir hier diese Trendlinie gebrochen haben und das war ja schon Ende Januar und wir jetzt hier steigende hoch steigende tiefs haben ist wie gesagt dieser Bereich hier 13.7 darauf wird es ankommen also das was hier drunter passiert ist erstmal nur eine Korrektur von diesem Downswing wir haben dieses hoch noch nicht überschritten und dementsprechend bin ich hier noch vorsichtig wir haben über Apple gesprochen und ich hatte vor ein paar Wochen hier im Webinar folgende potenzielle Prognose hier mal reingezeichnet habe gesagt ich könnte mir vorstellen wir gehen hier hoch auf dieses Fibo Extension Level machen eine Korrektur und bewegen uns dann in Richtung der nächsten Zone und auch hier in Richtung des Hochs vom August letzten Jahres da sind wir jetzt tatsächlich auch schon dabei das heißt Apple ist weiterhin stark wenn man sich jetzt hier den großen Chart anschaut ist es aber so dass wir hier natürlich in zwei wichtige Zonen reinlaufen wo es sicherlich sehr sehr schwierig wird also ich gehe jetzt nicht davon aus dass Apple hier einfach nach oben durchzieht sondern dass es erstmal auch hier eine Korrektur geben wird oder eventuell auch wirklich komplett das Top und dass dann auch der Nasdaq in Mitleidenschaft gezogen wird so jetzt kommen wir ein paar Minuten haben wir noch kommen wir zu den Währungen einmal den Euro Dollar ist fast schon langweilig was hier passiert also wir bewegen uns auch hier in einer Seitwärtszone hier dieser Fibro Bereich den haben wir damals gesehen bei 1.10 knapp 1.11 wurde hier nochmal getestet jetzt ist der Euro nochmal durch gereicht worden nach unten hier bei 1.049 wiederum hat er sich gefangen das heißt solange wir uns hier in diesem Bereich bewegen gibt es auch hier meiner Meinung nach nichts zu traden und das ist auch wichtig ich weiß nicht welcher großer Trader das mal gesagt hat es gibt drei Positionen Long Short und Sit on your hands also flat man kann auf deutsch sagen flat ist nett ich würde hier zwischendrin wirklich nicht großartig viel machen sondern erst warten ob wir einen Durchbruch kriegen dann hätten wir hier das 127 bei 1.09 hier bei 1.0850 das nächste dann haben wir hier das nächste wichtige tief und hier nochmal eine wichtige zone bei 1.057 nach oben wenn wir den Bruch schaffen über die 1.11 sehen wir ich mache das hier mal ein bisschen größer dann wäre das natürlich bullisch könnten wir uns tatsächlich in den Bereich 1.1170 Richtung 1.12 hoch bewegen aber wie gesagt aktuell relativ langweilige Price Action da würde ich jetzt momentan erstmal nicht viel tun jetzt habe ich noch zwei Charts den Austral-Dollar und den Dollar-Yen da machen wir jetzt erstmal den Aussie hier das ist der Austral-Dollar warum habe ich den mitgebracht hier zunächst mal ein großes Bild also was ich hier zeigen wollte ist folgendes wir haben ja von dieser großen Abwärts Bewegung hier in dem Bereich ich zeichne das mal ein hier so haben wir hier im Bereich des Abwärtstrends und knapp über dem Retracement hier ein hoch ausgebildet sind dann zurückgekommen und von diesem Swing hier haben wir wiederum die dicke grüne Linie das ist das 61 8 die fungiert hier natürlich als Support die wurde jetzt auch zweimal hier mit so einem kleinen Doppel hoch bestätigt äh doppeltief und jetzt ist die Frage bricht jetzt der Austral-Dollar nach oben durch noch tut er sich hier schwer aber wenn es gelingt dann und dann wäre das sowas wie der linke Schulter Kopf und hier die rechte Schulter das heißt da könnte dann auch in den nächsten Wochen Monaten noch deutlich mehr kommen aber mein aktueller Favorit und der Trade läuft auch schon an ist der Dollar Yen das ist der letzte Chart für heute und den möchte ich gerne nochmal im Detail besprechen zunächst mal das große Bild da gehe ich mal in den Tageschart also was sehen wir hier wir haben hier gesehen das sehe ich quasi hier als linke Schulter hier das Top das ist der Kopf und hier ein Doppelhoch als rechte Schulter das heißt wir haben hier das 38er Retracement haben hier also ein Doppeltop ausgebildet und ähnlich wie damals hier nach diesem Swing als der Durchbruch kam rechne ich damit dass wir jetzt damit hier jetzt mal in den 4 Stunden Chart das sieht für mich also ziemlich bearish aus wir sehen hier einen sehr zaghaften Anstiegsversuch hier exakt gescheitert an der Widerstandszone jetzt haben wir wiederum hier eine Erholung gesehen ich bin davon ausgegangen dass wir hier das 50er erreichen oder sogar das 61 8 das ist also durchaus möglich davon bin ich ausgegangen jetzt hat der Markt hier schon gedreht und wie es aussieht ist er damit auch schon mit der Erholung fertig das heißt ich würde jetzt hier davon ausgehen dass wir jetzt hier diesen Anstieg brechen und jetzt können wir natürlich hier auch mal schauen was würde das bedeuten nach unten abgetragen so jetzt machen wir das mal hier ein bisschen dicker und machen das als blaue zone und zwar machen wir hier das 1 2 7 2 und 1 6 8 und 2 6 1 8 so und was wir sehen können ist dass wenn jetzt hier die potenziellen Kurszielzonen natürlich passiert das nicht in einem Rutsch kann natürlich muss aber nicht hier haben wir als Beispiel so die letzte Abwärtsbewegung gesehen also das kann durchaus in den Bereich gehen und das wäre jetzt für mich zum Beispiel eine Möglichkeit wo ich sehe okay selbst das sieht ja schon wieder nach Schulter Kopf Schulter aus hier eine Schulter hier Kopf hier eine Schulter diese Bewegung ist ziemlich impulsiv das heißt mit einem Stop irgendwo hier in dem Bereich konnte man hier relativ schnell relativ risikoarm reinkommen in den Trade und wie gesagt die Wahrscheinlichkeit dass wir hier nach unten durchrutschen ist doch relativ hoch und ich versuche eben immer in eine Gegenbewegung in den Pullback sozusagen reinzukommen man hat es auch hier gesehen der RSI war schon relativ weit oben hier reinzukommen als jetzt hier zum Beispiel auf den Bruch von diesem Level zu warmen für mich persönlich hat das nicht so wirklich funktioniert weil ich sehr häufig dann auch direkt einen Fehlausbruch gesehen habe und sofort im Minus war das heißt für mich ist es immer wichtiger erstmal eine Gegenbewegung und dann reinzukommen selbst wenn der Markt erstmal kurz gegen mich läuft aber dann habe ich hier allein schon an dieser Stelle hätte ich ja schon mehrfaches an CRV eingenommen könnte einen Teil der Position schließen und dann eben oder zumindest den Stop auf Einstand ziehen und von dem weiteren Abstieg hier profitieren das heißt wir werden uns mal anschauen wie das hier läuft ich markiere auch mal den kleinen Swing hier damit wir Zwischenziele sehen genau das wären jetzt hier also Zwischenziele für den Down Move und wir werden sicherlich nächste Woche sehen ob der Trade so aufgegangen ist oder nicht ja damit wäre ich durch mit allen Charts gibt es ihrerseits Fragen Wünsche Anregungen sollen wir uns nächste Woche bestimmte Charts anschauen sollen wir bestimmte Themen nochmal durchgehen da bin ich natürlich sehr gerne auf ihr Feedback angewiesen was können wir hier an Themen besprechen wenn Ihnen was einfällt sehr gerne in den Kommentaren bei YouTube leiten Sie die Videos auch gerne weiter abonnieren Sie den Channel und ja auf jeden Fall wünsche ich allen viel Erfolg beim Traden arbeiten Sie an einer konkreten Handelsstrategie ich hoffe ich kann Ihnen dabei ein bisschen behilflich sein und ja testen Sie schauen Sie sich viele Charts an und dann wird das Ganze auch was ja vielen Dank für Feedback schönen Abend und ja bis nächste Woche